so und um während du das tust oder nachdem du das getan hast kommen mit in Richtung Schiff Warte ich muss schnell das ist von dir rechts die Straße lang ganz kurz Treffpunkt hinzufügen so jetzt habe ich meine Markierung gemacht und da treffen wir uns also da wird da waren wir jetzt hin rechts die Straße ok also Linien ist nicht zu mir ja ich stehe da einfach kurz und öffne ein zu weit Warte ich mache mal die Grafik weiter unter so langsam sich scheiße vor Ort schon war das auf dem Loh ganz ehrlich Scherlow Euro Klaus Lohr ist komplett Zurufe das macht einfach mal Null Unterschied ja was war hdr hdr keine Ahnung äh ja der Treffpunkt ist nicht ganz wichtig äh wir gehen erstmal neue Marker Treffpunkt zum Schiff so meine FPS haben sich null verbessert da okay ach da ist es geschafft ja ach da sind wir ja ganz nah ja deswegen ja so wie lang ist denn der live stream schon fast eine Stunde na scheiße heißt die App nur i survive oder survive mit Z einfach nur kleines a und dann survive du backst bei mir grad wieder durch Wände da ich bin gerade nur größt aus ja ich bin darüber gesprungen und nicht gestorben das Wunder näher um über die Lücke über die Schienen nur kurz auf K ja genau Fäustchen hoch und Schluss geht's ob das immer noch so viel schneller ist denk mal ein bisschen glaube ich schon denn sie ist schon schön als gefixt wurde da ist das Schiff hm ganz kleines das einzig blöde ist ach ne durfte gar nicht so lange dauern das jetzt nochmal neu zu rendern alles hm das jetzt zu rendern durfte gar nicht lange dauern ne das ist ja jetzt schon klein und da kann sie auch in Full HD machen das Schiff sieht irgendwie geil aus hm äh man munkelt ja ob das die Ursache der Zombie Apokalypse war ob da die ersten Infizierten drin waren oder ob die irgendwas geladen hatten ja oder ob die Crew infiziert war das ist ja auch gestrandet und niemand weiß warum das ist irgendwie ein geiler Mythos früher war das ja auch die Land Landesgrenze also es ging hier nicht weiter also es wäre sozusagen die Crew tot gewesen und dann da ein Land geschwemmt worden das Schiff ne und wenn du jetzt nach links guckst siehst du die Stelle ohne Bäume hm ähm ich glaube da war die Grenze damit also wo die neuen Bäume anfangen ist alles neu bis auf das Erf hier also sind wir jetzt sozusagen Daisy Standalone ja äh das Schiff ist auf jeden Fall neu das ist bestimmt interessant an man müsste abends in Daisy so Horrormusik einfügen ja gelbe Kette geschlossen ich auch okay das könnte ja no message received okay das heißt wir werden eine Minute zurück gesetzt ja dann exit ne ja du läufst bei mir einfach weiter warte kurz ich mach mein Licht an na so Serverwechsel wir können ja man könnte doch mal Downtime nachgucken oder wie lange die on sind schon na der Server wird sowieso gleich wieder on sein der macht wahrscheinlich jetzt schon den Restart meinst du? weil er nicht um 0 Uhr angefangen hat History kann man ja leider nie angucken irgendwie hm also ich kann ja mal rauf gehen auf den Server wieder kommst du wieder auf? ja du bist ein favorite friends da ach da ist er wieder 4 Uhr ist jetzt da hm ich glaube da wurde resetet das wär geil auf jeden Fall habe ich ähm einen weißen Bildschirm und der Ender mir bang ist was bang? so auf jeden Fall baut sich klasse der Himmel auf ah sonnenaufgang bei mir baut sich alles auf Sonnenaufgang ich gehe schon mal weiter oder? äh ja einfach in Richtung Schiff ich schlaufe nur damit du nicht verpasst oh es sieht schön aus die sie ist eigentlich schon schickes Spiel oh Gott bei mir sind die Texturen nicht geladen hm ja ach gut also bei mir war alles nur ein Match schön ich komme angerannt wissen jetzt alles noch da ich ok ok wenn wir noch ich bin irgendwie Kamishwo wo wo Kamishwo Kamio Kamio ja einfach oh Gott einfach nördlich genau so bis hin nordöstlich und dann kommt sie schon so und es sieht gerade geil aus einfach direkt von der Küste weg ne ich ich folge jetzt mal den Schienen boah das sieht schön aus ne das ist östlich oder westlich es wird ja auch ein Rundfunk ist doch an der Küste oder nicht Berenzino ja aber ganz östlich wenn du nördlich gehst dann kommst du auf jeden Fall dahin weil du weißt ja nicht wo du lang gehst wenn du den Schienen folgst also doch das Wasser muss rechts von dir sein ja ist es ja auch ok dann lauf einfach auf den Schienen sieht das bei dir auch so geil aus mit den Sonnenstrahlen und dem Schiff ja sieht schon nice aus auch wenn ich gerade äh Anti-Aliasing fast auf Null hab ich hab das alles auf Null aber das sieht trotzdem geil aus das muss auf Ultra schön aussehen schön durch den Sumpf laufen wer kann das auf Ultra spielen außer Fabian Riechers-Mons ich 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 was das für eine Grafiker hat er ah nur die GTX 86 ja ok und ich kann es auf Ultra spielen sieht schön aus ne ja total Lass mal die Container durchsuchen und gucken ob da was dran ist kann das sein da ist nichts tun sicher und nichts ja das gelesen bei euch auch die Steine ja so ein bisschen Folge ja quality halt so ist das im real life oh das hiermit disconnect ah so wir gehen jetzt hier rechts rechts rein ja hier rechts und dann hoch das sind gleiche Schuhe ja aber auch haben wir nicht hier muss man bloß aufpassen dass man bloß nicht backt Leute du bist bei mir gebackt und hast dir die Beine gebrochen oder so nö also mir geht's gut bei mir hast du gerade rumgestöhnt bei mir auch warte mal gib mal bitte noch nicht weiter hoch you are dead what the fuck du bist tot? lock dich lock dich lock dich aus und wieder ein so ich renne hier nicht hoch ich lauf nur aber ich renne wo bist du kapiert? ach ich seh dich äh mir ist nichts passiert haha er gibt mal Gruppenname da bitte ich gcg's recording group 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 achso Leute ich bin irgendwo gespielt worden das geschmeckt ist gleich schreibt mal wo und vielleicht sind wir in der Nähe äh gcg's recording group gcg hey hey gcg group bcg gcg group group ok Passwort dmg doch preis du kannst du alles nehmen ja du kannst alles nehmen die bm ja auch mal eine anzupressen EAM und dann großandy das ist doch scheiße da wo du bist ich kann die sachen geben um ich bin gerade vor einer stadt sich laufe aber mit dem wasser recht ich habe die karten pius kopf und schlurken klinik hat wenn du erneut er der stadt und sagst dann sagt wo du bist anbo durch den gegen ja da läuft mir gerade so ein typ insgegen ich laufe weiter ich bin so wie einfach alles ja auch was ich nicht krepiert hat ja in der um gestoppt in dem kontrollraum also wo der steuer da findest du eine waffe wenn alles neu ist erscheint doch wenn es alles neu zu sein also ich habe hier eine halbe linke einblick muss man ja mal sagen ja ich weiß also passwort war beam und dann große b e a m n und so weiter und dann die wo aber es kann man sich ganz leicht verirren hier ist sogar ein rettungsboot wäre geil wenn man das nehmen könnte ich bin jetzt auch schon auf dem server ferdi jaja warte ich muss erst mal kurz hier mit der gruppe ich bin in solnichi haben wir nice das ist gar nicht so weit weg von okay das ist so weit weg aber das ist schon mal an der ostküste markier mal bei all survive wo das ist ich will das jetzt nicht suchen okay es ist in der nähe von der lecce das ist wenn du die küste weiter aber so viel ist auf dem schiff gar nicht aber wenn daneben was gut ist aber ja das ist auch nicht viel wir sind seit Jahren den ganzen nennen also nicht ganz und ich bin in der Nähe so dergärmers finden und alle hier können wir uns sagen volles medikett und ich sollte ich habe es falsch gemacht egal ich muss mit dem leichten die verschwenden jetzt nach zehn minuten habe ich hier gut kannst du gucken um meinen Helm war glaube ich habe ich als dann okay gut das ist die musikin Nietzsche oder äh ich hab noch nie und er muss kurz gucken ob seine schule ist und so ein bisschen Prozent so aus weil dann um bleibt dann warte ich da dann lud sich da erst mal so ein bisschen also ich hab ihn nur hin war gut ich bin grad zwei Meter gefallen aber mit nichts passiert okay so und dann können bei zu holen also ich bin anscheinend doch nicht direkt bei so ein bisschen ich muss aufpassen müssen nicht auf einmal gegen die Wand laufen weil er zu und gut eigentlich ist es gut ausgerüstet nur werben okay das muss ich nur mega mit den Treppen aufpassen ja und mit den Kanten und generell mit allem allem was in Daisy ist oh ja Gott eine Ratte glaub ich Con Haven das ist doch so Nietzsche ich hab kein gutes Gefühl ich glaube ich bin recht tot ein Helm also wir laufen 8 zum bisschen nach nur ne 4 ja so gut kann ich zählen ja ich kann ein Helm mit mir ist schon fast alles voll ich hab jetzt dein Helm ausgetauscht gegen was besseres hast du auch mein Hoodie genommen äh der ich hab den Besseren okay Hoodie gibt's keinen Besseren es gibt keinen Besseren als mein so da hinten ist noch was das hab ich gesehen jetzt muss ich nur einmal ganz rum was ist das na komm zeig mir an Vitamin Bottle oh Gott ich hab so Angst in ein Haus zu gehen gerade so viele Zombies hier ist so ein rechte hier ist so ein großes Loch in der Mitte da hab ich Angst reinzufallen warum sprintest du chill dich du Charakter ja lauf nur laufen zurück rechtsklick warum äh drück rechtsklick dann lauf einfach so es ist sicher ich bin wieder unten geht's zur anderen Seite des Schiffes durch schön jetzt auf eurem Server okay Violet Kennerns kennen das Penz das ist an meinem Arsch oh geil das stimmt ja ne ja ne die Klage irgendwie pedo Monsieur so ich kann ja dann kurz aufm wie nah seid ihr denn am Schiff ich bin wie gesagt dann zwar nicht keine Ahnung ich weiß ja nicht wo das ist ich hab's markiert okay guck ich gleich da ist noch ein Helm der sieht geil aus weiter 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 da ist so ein Riesenloch für Fracht in der Mitte und ich hab die ganze Zeit als es da ach Mann hast du rechtsklick gedrückt wie bist du das äh was denn wie ein Baum ja das bin wahrscheinlich ich aber ich kann grad nix sehen weil irgendwie boah das ist so kacke ganz ehrlich man kann das ist so scheiße schwer irgendwie Sachen zu öffnen also die Medi-Kids öffnen der ist noch scheiße ich hab jetzt mal eben mein drittes Medi-Pack gefunden oh was ist das denn hier für'n Scheiß man ich hab aber auch zwei Medi-Kids ja ich hab aber ne ich hab jetzt sogar vier geil zwar nicht alle befüllt aber trotzdem ganz nett ich hab sogar einen Defibrillator oh